Für alle Einsteiger ist der Saphir das perfekte Modell von Fendt Caravan. Ein wahres Allround-Talent mit vielen Variationsmöglichkeiten und pfiffigen Ideen, die Sie begeistern werden. Der Saphir ist das perfekte Einsteigermodell von Fendt Caravan. Paare und Familien lieben ihn gleichermaßen, denn er ist ein Allround-Talent. Das neue Saphir-Programm umfasst zwölf Grundrisse, darunter drei Kinderzimmergrundrisse sowie zwei mit Warmwasserheizung und mit Warmwasserfußbodenheizung ausgestattete Modelle. Das Innenraumdesign im Castanie Moretti Möbeldekor passt harmonisch zu den Stoffvarianten Aosta oder Cremona. Zu den Saphir-Besonderheiten gehören Mittelsitzgruppen oder Rundsitzgruppen in Bug und Heck. Außerdem attraktive Etagenbettvarianten für Familien. Neu ist hier der kleine Kinderzimmergrundriss Saphir 495 SKM. Alle Gasheizungen sind serienmäßig mit einer praktischen Zündautomatik ausgestattet. Zum Interieur gehört bei einigen Modellen auch der neue 133 Liter Kühlschrank Slim Tower, der beidseitig geöffnet werden kann und mit herausnehmbarem Gefrierfach und Innenbeleuchtung ausgestattet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017